Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wie ihr seht, ist es heute schon mal ein bisschen anders, denn wir schauen uns heute hier diese zwei Gewächshäuser mal an, Zimmergewächshäuser, denn ganz viele von euch hatten Fragen dazu, vor allem zu so ein paar technischen Sachen auch, wie Licht, Luftfeuchtigkeit, Ventilatoren und ich werde euch heute alles zu dem Thema erzählen, euch vor allem aber auch die Pflanzen zeigen, die in diesen Gewächshäusern derzeit drinstehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten, oder? Wie man hier ganz gut erkennen kann, ist dieses Gewächshaus durchsichtig, also die Folie durchsichtig, während es bei diesem hier eine grüne Folie gibt und zu den Unterschieden erzähle ich euch nachher mal ein bisschen was währenddessen. Wir schauen jetzt erstmal, wie das Ganze aufgebaut ist und würde sagen, wir fangen unten bei den größeren Pflanzen an. Das ist so der Bereich, in dem ich tatsächlich meine größten Pflanzen, die in einem Gewächshaus sein müssen, drin habe. Man sieht hier übrigens auch ganz geil, dass das alles hier schön dicht verschlossen werden kann, im Gegensatz zu so manch einer Milzbovitrine oder sowas ist das natürlich für die Luftfeuchtigkeit eine richtig, richtig gute Sache. So, fangen wir mal hier unten an. Was haben wir da? Ach Leute, sieht der großartig aus? Ja, ne? Was ein wunderschönes Pflänzchen. Das ist der Philodendron Corugatum. Und wie man sehen kann, habe ich hier ein recht großes Modell. Also der war nicht so riesig, als ich ihn gekauft habe natürlich. Und ist hier, dreckig ist er auch, richtig, richtig gut in diesem Gewächshaus gewachsen. Direkt darunter wartet tatsächlich der Verocosum Rojo. Ich bin ultra begeistert davon, wie schön er mittlerweile gewachsen ist. Er hätte eigentlich längst in Erde gekonnt. Wie man hier sieht, ist es oben mittlerweile bewurzelt, unten bewurzelt. Also wahrscheinlich wären die Blätter dann auch schon einfach ein bisschen größer geworden, muss ich sagen. Also sie müssten nicht so winzig sein, aber ich war faul. Ja, leider. Sonst wäre das wahrscheinlich schon ein richtig schönes, großes Pflänzchen. Oder zumindest die Blätter wären sehr viel größer und ich könnte mir vorstellen, dass er auch schon etwas besser gewachsen wäre. Aber wenn ich überlege, dass der, die, die das Verocosum Video von mir gesehen haben, wissen das vielleicht, wenn nicht, verlinke ich euch das mal eben oben in der Seite. Die, die es gesehen haben, wissen, der ist nicht so geil bei mir angekommen. Also mit wenig Wurzeln leider. Und naja, das ist natürlich dann immer so eine Sache und dafür ist er verdammt gut gewachsen. Übrigens, wo ich da hier gerade den Blick drauf habe, nochmal zum Kogogatum. Der Stiel, der ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Also der ist so, ach, der ist nicht behaart, aber es ist irgendwie so, so kleine Stoppeln. Das ist, ja, als würde man über so eine Glatze streichen. Wisst ihr, was ich meine? Wo so langsam kleine Mini-Stöppelkiss durchkommen, so fühlt es sich an. Direkt unter dem Verocosum Rocho, ich halte hier mal das Blatt nach oben, damit man auch hier genug Licht hat, steht gerade zum Bewurzeln. Zumindest hoffe ich, dass es funktioniert auf diese Art und Weise. Der Ableger einer Freundin, das ist der Dianturium Luxurians. Ja, und man sieht leider, dass das Blatt langsam gelblich wird. Also, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass dieses Blatt es schaffen wird. Ich hoffe, dass überhaupt irgendwas passiert und eine Wurzel wächst, aber versprechen kann man es nicht. Auch eine ganz lustige Sache. Viele von euch wissen, zumindest wenn sie meinem Instagram-Account folgen, dass diese Pflanze hier, nämlich die Syngonium ventlandi, eigentlich nur auf dem Philodendron Chorugatum abgestellt wurde, aus Platzgründen. Wer den Kanal verfolgt, weiß, dass die Wurzeln da aber leider Gottes aus dem Topf einfach in den anderen Topf gewachsen sind und diese zwei nun fest miteinander verwachsen sind. Ja, also erst wenn ich das Ganze hier mal irgendwann umtopfe, wo ich gerade einfach gar keinen guten Grund für sehe, wird sich das wieder ändern. So, jetzt stelle ich mal wieder zurück, was hier eigentlich stand, nämlich ein weiterer Verukosum und zwar einer ohne ID. Und der hat eine Besonderheit, er ist länger als die meisten anderen Verukosum. Die meisten Verukosum sind einfach schön rund. Jetzt haben wir ja auch wieder besseres Licht. Und dieser hier hat halt eine länglichere Form, vor allem je älter er wird. Wobei man auch sagen muss, selbst frische Blätter wie dieses hier, na, ein bisschen kaputt leider, aber so sieht die Realität eben aus, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich selber, dass auch eure Pflanzen nicht, weiß Gott, wie perfekt sind. Aber, wie man hier sieht, selbst bei einem frischen Blatt, ja, so das kam aus dem neuen Trieb quasi, sind die Blätter länglich. Und andere Verus kriegen ihre Form, wenn die denn mal länglich sind, tatsächlich oft erst mit ein paar älteren Blättern, also nicht in der juvenilen Form. So, machen wir weiter. Aha, hier vorne stehen gerade ein paar Verukosum Angel Ableger und warten darauf, dass Wurzeln wachsen. Was? Sieht man, was hier auch schon so ein bisschen angefangen hat? Ja, ganz leicht kann man es erkennen. Und, also, einer der schönsten Verukosum, die ich kenne. Und, also, ja, es fällt mir mal wieder sehr schwer, mich davon zu trennen, obwohl ich noch zwei Pflanzen stehen habe. Also, ich weiß auch nicht, wo mein Problem ist. Auf jeden Fall ein wirklich, wirklich hübsches, hübsches Pflänzchen, muss ich sagen. Hier vorne haben wir einfach ein paar Ableger in einem Glas. Darunter ein Sodiroi-Ableger. Das hier ist der Philodendron Schottianum. Die meisten kennen den gar nicht. Das ist meiner Meinung nach eine sehr unterbewertete Pflanze, was aber vielleicht auch daran liegt, dass sie nirgendwo zu kaufen ist und die meisten gar nicht wissen, dass es ihn gibt. Und einem Freund hatte ich da auch tatsächlich mal einen kleinen Ableger von verkauft. Und, ja, der macht sich auch ziemlich toll, muss ich sagen. Wobei mich das jetzt auch nicht wundert. Dieser besagte Mensch ist nämlich ziemlich gut mit Pflanzen. Wie eigentlich fast die meisten, die ich kenne. Also, ohne grünen Daumen zieht man dieses Hobby wahrscheinlich nicht allzu lange durch. Auch hier kann man vielleicht sehen, was sich tut. Ja, da sieht man Wurzeln. Ich drehe es mal ein bisschen. Also, viele Pflanzen bewurzel ich wirklich einfach in Wasser. Vor allem Verukosum. Das da ist ein Bosco. Schaut euch mal diese Haare an. Wahnsinn. Also, ich stehe echt übel drauf. Diese Haare sind so nice. Und das ist aber nicht mehr die juvenile Form. Das hier ist ein erwachsener Bosco. Und das sieht man daran, dass nur ganz wenig rote Akzentuierung hinten auf dem Blatt ist. Und direkt vor diesem Ablegergläschen habe ich, damit es noch schön Licht von oben kriegt. Ja, also hier ist so der Weg frei quasi. Hier habe ich die Basis vom Angel stehen. Vom Verukosum Angel. Und wie man sieht, tut sich da auch schon was. Also, ich bin sehr gespannt, wie lange es noch dauern wird. Hier haben wir wieder ein Ablegerglas. Da sind ein paar Marmai Green drin. Den Marmai Green finde ich übrigens großartig. Ich mag den lieber als den normalen oder den Silver. Obwohl ich ja eigentlich sehr auf so Silverfolie-Stuff stehe, muss ich sagen. Ach, hier richtig viele Wurzlis. Na, das ist schon toll. Der macht sich gut. Und guckt mal, da kommt auch schon ein neues Blatt. Das heißt, der muss da mal langsam raus. Sonst wird das eventuell etwas zu nass. Kommen wir mal zu einem absoluten Schätzchen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und zwar die Anturie, die ich hier stehen habe mit diesen wundervollen, langen Blättern. Heißt Flavoliniatum. Sieht jetzt nicht so mega gut aus. Aber das liegt daran, dass die auch keine Wurzeln hat und so weiter. Also die mussten leider alle komplett abgetrennt werden. Aber es ist einfach eine richtig schöne, schöne Pflanze. Wirklich. Die Blätter hier sehen auch noch was besser aus. Sind nur nicht so lang. Aber auch wunderschön. Schaut mal da. Uh. Ja. Boah. Träumchen. Ich finde den richtig klasse. Der steht hier jetzt in einem Mix aus Moos, Pinienrinde und Perlit zum Wurzeln. Und schaut mal da. Man kann ganz gut sehen, an diesem etwas dickeren Strang hier, da war mal ein Blatt dran, dass hier eigentlich eine Blüt rauskommen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Immerhin, ja, muss man natürlich sagen, ohne Wurzeln dürfte das etwas schwierig werden für die Pflanze. Aber möglich wäre es. Neben diesem wunderschönen Flavolineatum, dieser wunderschönen, also irgendwann schaffe ich das mit den Artikeln auch nochmal richtig, steht übrigens der wunderschöne Verukosum, der gerät. Und hier sieht man zum Beispiel, klar, das ist schon trotzdem ein langes Blatt, aber die Blätter, die älter waren, die leider gestorben sind beim Bewurzeln, die waren deutlich länger. Also noch länger. Hier sieht man auch, klar, selbst ein kleines Blatt hat eine längliche Form, da ist jetzt nichts rund. Daran erkennt man das auf jeden Fall, dass das der Gerät ist. Er heißt natürlich nicht wirklich der Gerät, das haben ein Freund und ich uns so überlegt, weil er einfach keine ID hat. Übrigens, von diesem Freund ist auch der Flavolineatum. Dort habe ich nämlich in seinem Urlaub die Vertretung, die Gießvertretung gemacht und habe mich in dieses Pflänzchen hier verliebt. Und das, obwohl ich sonst ja eigentlich gar nicht so krass auf unsamtige, lange Blätter stehe. Aber der, ja. Wir waren schon bei ihm. Hören wir auf damit. Gehen wir wieder zum Verukosum, der Gerät. Wer sich den genauer anschauen möchte, genauso wie den Rocho hier nochmal oder auch den No-ID Verukosum oder den Bosco da unten. Da kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr mal direkt ins Verukosum-Video switcht, denn da könnt ihr die nochmal viel genauer sehen. Und ich erzähle euch auch nochmal ein bisschen was zum Thema der Pflege und wo die Unterschiede der Pflanzen sind. Hier sieht man übrigens, wie das Ganze aussehen könnte, ja. Also das ist schon ein richtig schön langes Blatt. Aber leider Gottes demoliert, denn er hatte Wurzelfäule. Und ja, das ist dann so das letzte Blatt, das davon noch geschädigt wurde. Dem Rest geht's gut. Hier wächst jetzt auch endlich ein neuer Austrieb wieder weiter. Der hat ganz lange nichts gemacht. Ich versuche den hier nochmal zu bewurzeln aus Sicherheitsgründen, ja. Also der scheint halt sehr zu Wurzelfäule zu neigen. Und ja, ich habe natürlich Angst, gerade diese Pflanze zu verlieren, weil es einfach einer meiner absoluten Lieblinge ist. Meine, ihr könnt ja auch nicht schaut, nur wie wunderschön. Okay, machen wir weiter. Das hier ist der Philodendron surcatum. Ja, und der hat auch eine richtig coole Oberfläche, muss ich sagen. Also das ist schon echt nice. Hier so, so sehen die Stiele aus. Kriegen wir die scharf drauf? Schwierig. Ach, ja, wer sich hier so ein bisschen wundert, dass die Kamera anders wirkt, es ist eine andere. Eine Freundin war so super duper lieb und hat mir, weil mein Handy in der Fritten ist, ihr es gegeben und mit dem kann ich jetzt zumindest vorübergehend ein bisschen filmen. Es ist halt auch schon ein älteres und ich muss dafür sagen, dass die Qualität aber extrem gut ist. Also je nach Lichteinfall sicherlich, aber ich denke, es wird euch reichen, um hier mal ein bisschen zu gucken. Der Fulcatum hat noch mehr Blätter. Warum die aber alle so gelblich werden, ich kann es nicht sagen, denn er bekommt eigentlich genug Nährstoffe. Ich packe auch immer ordentlich Eisen dazu, da der auf jeden Fall aus einer Region kommt, in der das sicherlich nicht fehlen sollte. Aber irgendwie, das neueste Blatt ist immer wunderschön und dann werden sie so blöd. Und ein anderes Schätzchen, das hier leider gerade ein bisschen zu viel Licht bekommt. Uiuiui, warte, müssen wir den mal hier aus die Seite schieben? Klappt nicht, egal. Dieses Schätzchen hier ist die Anturium rugolossum crintum. Ja, ich glaube, ja, das stimmt. Es gibt noch weitere rugolossum, aber das hier ist auf jeden Fall die, die ich am liebsten mag, wegen diesem geilen, geilen Muster, dieses Strukturs, der Wahnsinn. Und auch wenn man es jetzt nicht sieht, es sieht jetzt sehr hell aus, weil er zu viel Licht hatte. Auf das Licht komme ich gleich mal noch zu sprechen, welches ich hier nutze. Und hier unten sieht man, so könnten die aussehen, wenn sie denn weniger Licht hätten. Und da gibt es sogar noch bessere Beispiele wie dieses hier. Uh, da, 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 da. Uh, das sieht richtig nice aus. Ach, ich finde das Blatt so schön. So schön. Schaut nur, wie hübsch dieses rugolossum-Blatt ist. Ach man, ein wunderschöner, wunderschöner rugolossum. Ein, nee, wunderschöner rugolossum. Leute, es wird nochmal was bei mir. Ach, so. Da haben wir tatsächlich jetzt die unterste Etage fertig. Und deswegen erzähle ich euch jetzt zu der Etage mal, wie das Ganze hier läuft. Also, wenn man dieses ganze Häuschen hier hat, ja, einmal runter, dann kann man hier verschiedene Böden einlegen. Und zwar sind diese Metallböden dabei. Und die könnt ihr hier auf verschiedenen Etagen befestigen. Ich hab, weil ich hier halt eben meine großen Pflanzen drin habe. Oh, steh mal mal auf. Habe ich diese Etagen eben nicht mit diesem und diesem Teil hier verbunden, sondern hab gesagt, okay, ich brauche eine sehr große Etage und das wird diese. Und hab dann da drüber diese Etage gemacht. Hätte auch nochmal hier eine weitere einlegen können. In einem anderen Gewächshaus habe ich das auch tatsächlich so gemacht. Aber in diesem hier, wo es einfach darum geht, dass ich die Pflanzen gut sehen möchte und so weiter, mach ich das nicht. Und was auch ganz cool ist, dadurch, dass ihr hier also Gitterböden habt, kann man auch die Lampen, egal welche es sind, sehr, sehr gut befestigen. So, da könnt ihr einmal sehen, wie die Lampen nämlich an dem Gitter befestigt sind. Das ist schon ziemlich praktisch. Das Licht hier ist tatsächlich auch wieder eine Fenso-Lampe. Und ich hab sie noch nicht in allen meinen Gewächshäusern drin, aber tausche jetzt so Step by Step hier gerade die Lampen aus. Ich würde allerdings sagen, grundsätzlich ist es besser, wenn man einen Dimmer für die Fenso-Lampen hat, denn sie sind einfach wirklich stark und intensiv. Und man kann auch mal Strom sparen, wenn man sie runter dimmt. Deswegen schon praktisch, wenn man den dazu hat. Wer gar nicht weiß, was sind Fenso-Lampen, der kann sich gerne mal mein Video zum Thema Pflanzen-LEDs bestes Licht angucken. Da habe ich ganz, ganz viel zusammengestellt und da würdet ihr dann auch einfach mal so ein bisschen erfahren, falls ihr das noch nicht getan habt, wie genau so Lampen eigentlich funktionieren sollten, was sie für Einstellungen brauchen, um für diese Pflanzen eigentlich gut zu sein. Und ja, hier werde ich mir auf jeden Fall noch einen Dimmer dazu besorgen. Ich habe die übrigens so ein bisschen flexibel angebracht. Man könnte es natürlich auch viel fester machen, klar. Aber wie ihr seht, auch einfach ein richtig schönes Licht. Also sehr natürlich, nicht dieser Pinkstich, den man von manch anderen Lampen kennt, die auch durchaus gut sind. Also ich habe ja hier auch mal eine Sunlight, die habe ich in einem anderen Gewächshaus noch drin. Die ist an sich als Lampe sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, dass die extrem pinkes Licht macht, was man vielleicht da vorne in der Ecke sieht, wo es hinten sogar noch pink rausstrahlt, während es hier einfach die Pflanzen wirklich natürlich abbildet. Das finde ich richtig gut. Ja, kommen wir zur nächsten Etage. Ich habe hier eine Anzeige für Luftfeuchtigkeit und für die Temperatur. Grundsätzlich kann man das irgendwann rauspacken. Also ich habe es jetzt nicht mehr in jedem Gewächshaus, weil sie eigentlich fast alle die gleiche Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben, denn sie sind relativ gleich aufgebaut. Aber ich habe es trotzdem zur Kontrolle immer mal drin, denn, was auch noch Vor- oder Nachteil, je nachdem ist, hier übrigens auch wieder die Fensterlampen, die strahlen noch mal was Hitze aus und wenn das Ding zu ist, was es meistens ist, kommen da schon noch mal so drei Grad drauf. Das heißt, wenn ich das jetzt zumache, dann haben wir hier 28 Grad in dem Zelt und ungefähr 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das gerade sehr, sehr praktisch für mich ist, denn ich habe hier, schneller Kurzblick, viele Babys stehen, Anturienbabys, die vor kurzem quasi alle noch Samen waren. Vor kurzem. So kurz ist es dann leider auch nicht her. Ich wünschte, es würde schneller gehen. Aber ja, so sieht es aus. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch hier jetzt auch mal noch alle Pflanzen etwas genauer. Genauer. Fangen wir mal an. Hier wieder ein Angel-Ableger. Allerdings hatte der schon Wurzeln und durfte deshalb hier schon ins Substrat. Ich bin gespannt, wann da was passiert. Da kommt schon das Auge. Also, es könnte demnächst losgehen, würde ich sagen. Hier haben wir meine einzige panaschierte, wenn man das überhaupt so nennen kann, Anturie. Wir wissen noch nicht so genau, was es eigentlich ist. Hier sieht man auch so eine minimale Panaschierung, aber es ist wirklich schlecht zu sehen. Aber grundsätzlich weist sie Panaschierung auf, was eigentlich ganz interessant ist. Mal schauen, was es wirklich am Ende für eine ist. Dahinter haben wir meine Crystallinum, die Anturium-Crystallinum. Ja, schaut euch mal dieses hübsche Blatt an. Und da kommt auch gerade schon ein weiteres. Da ist es. Die steht ein bisschen im Weg. Moment. Ja, da kommt auch das nächste Blatt schon. Also, sehr, sehr cool. Es hat ewig gedauert, bis die sich wieder eingekriegt hat. Hier vorne stehen ein paar Magnificum-Norte, die ich noch nicht umtopfen konnte, weil da die Wurzeln noch zu wenig waren. Alle anderen habe ich tatsächlich mittlerweile in Töpfen stehen. Hier haben wir ein Baby vom Verucosum Tambio. Ganz lustig, weil ich den als SP Columbia gekennzeichnet hatte auf dem Blatt. Nicht auf dem Blatt, auf dem Topf. Was dazu geführt hat, dass ich mich sehr gewundert habe, dass der da Velvet rauskam. Hier haben wir eine Anturie, die ich aus einem Samen gezogen habe. Ja, also die war auch mal so winzig und noch winziger. Ja, also es waren wirklich Samen einfach. Und das ist ein Mix aus... Ich habe es leider nicht mehr drauf stehen. Das ist das frischeste Blatt. Der hat auch so einen tollen Glanz. Das ist ein Mix aus Forgetty Mac und Crystal. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie rum. Aber ich glaube, es war Forgetty Mac X Crystal. Dahinter ein Verucosum Rocho wieder. Wie man sehen kann, ist der aber zum Beispiel viel dunkler als der, den ich euch im Gewächshaus unten gerade gezeigt habe. Was eigentlich wieder zeigt, dass der Lichteinfall unglaublich viel ausmacht. Also da kommt es halt wirklich, wirklich drauf an. Und ja, der kam damals auch nicht so geil bei mir an. Dafür hat er sich jetzt aber relativ gut entwickelt. Die drei Blätter sind hier gewachsen. Und ja, der neue Trieb ist auf jeden Fall auch am Werkeln. Hier vorne haben wir den El Choco stehen, das hier. Und den habe ich, wer meinem Instagram-Kanal folgt, weiß das wahrscheinlich, den habe ich aus einem riesigen Stammstück rausgekriegt. Das Stammstück habe ich jetzt mit Kaikipaste behandelt. Und könnt ihr auch gerne mal in die Highlights schauen, was ihr da so findet zu dem Thema Kaikipaste. Da habe ich mittlerweile zwei Highlights für. Und den habe ich jetzt auch wieder angefangen zu beschmieren mit der Kaikipaste. Der hier ist noch ohne gekommen. Aber da gab es auch ein Auge zu dem Zeitpunkt. Und jetzt habe ich halt keins gefunden. Deswegen diesmal so. Aber wirklich, wenn ich überlege, dass das hier erst das zweite Blatt war, das ist schon krass. Dann, hier haben wir wieder einen Sodiroil. Das war ein Steckling. Sieht nicht so gut aus. Da drunter steht ebenfalls ein Sodiroil-Steckling. Der hat übrigens durch das Licht hier richtig viel Silber bekommen. Also ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es erstmal ausgehärtet ist. Hier haben wir, das ist der Papi-Komplex X Luxurians. Ein Samen gewesen. Aus Australien bekommen haben wir den. Genauso wie da, wo ich leider ein bisschen Angst habe gerade, dass die parashiert werden. Denn sie wachsen plötzlich schlechter und die Blätter sind extrem hell geworden. Aber hier vorne, der größere, dieser hier, der ist genau richtig. Das ist Dress-X-Papi, also Dress-Leri-X-Papi. Und die haben wir zusammengeholt mit dem Papi-Komplex Luxurians. Beide aus Australien. Ja, mal schauen, wie sie sich entwickeln. Direkt daneben, das kleine Pipserchen hier, ist irgendwann mal eine Monstera Obliqua. Peru. Da freue ich mich auch sehr drauf, denn viele haben ja die von Ecagenera. Und ich bin mir mit ein paar anderen Leuten sehr sicher, dass es nicht die Peru ist, die Ecagenera hat. Weil sie gar nicht filigran genug ist. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich hier eine von jemand anders bekommen konnte. Wo ich sicher sein kann, dass es eben wirklich die Peru ist. Und, ach man, schade, man sieht es hier wirklich nicht gut. Aber eigentlich ist da gerade ein Blatt auf dem Weg. Kommt, nicht zu lange an einer Pflanze bleiben, die man eh nicht erkennt. Und dieses hübsche Mäuschen hier ist die Anturium Red Crystal X Forgetti X. Genau, also bei der Forgetti ist jetzt auch keine reine Forgetti gewesen. Kommt jetzt auch langsam ein neues Blatt. Sieht man das? Oh, da ist es. Und, ja, wir nennen sie liebevoll die Lahme Ente, denn sie ist wirklich unfassbar langsam. Ich würde sagen, das ist ja eine meiner langsamsten Anturien, die ich überhaupt habe. Daneben hier, das ist die Carla X Papi. Und die hat, also ich meine, das da war das erste Blatt, hier mal so ein Fingervergleich, direkt riesige Blätter gemacht. Aber seit sie in der Erde steht, passiert bei mir leider nichts mehr. Ich denke, die muss ich hier erst so ein bisschen, ja, wohler fühlen, sage ich mal. Daneben, auch direkt mit riesigen Blättern, ist die Dress, nee, Carla X Dressleri, genau so rum ist es. Auch die hat direkt recht große Blätter gemacht. Könnte also durchaus daran liegen, dass die Carla Gene relativ große Blätter raushauen, direkt zu Anfang. Hier hinter steht ein Splendid-Steckling, der so langsam auch schön wächst. Ja, das Blatt hier ist noch richtig schön dunkel. Und ansonsten haben wir hier noch, auch von einem ganz, ganz lieben Menschen, habe ich hier diese süße, kleine Mini-Frydeck bekommen. Wartet mal, die muss ich euch natürlich genauer zeigen. Ja, habe ich diese Mini-Frydeck hier bekommen. Super, super schöne Panaschierung. Also die ist wirklich nicht von diesem Planeten. Also ich bin wirklich sehr verliebt in diese Panaschierung. Leider ist sie mir einige, einige Male kaputt gegangen. Ach, alles meine eigene Schuld gewesen. Ich, äh, ja, mit panaschierten Alucasien habe, ist scheinbar noch nicht so richtig. Aber die macht sich jetzt endlich. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Die wird schon noch wunderschön. Daneben, hier haben wir Mac X Papi. Bin ich auch sehr gespannt. Na, das hier auch und auch das hier. Das hier sieht nochmal ein bisschen anders aus als diese beiden, finde ich. Da bin ich sehr gespannt, ob die sich unterschiedlich entwickeln. Jetzt zu meinem allerliebsten Schatzi. Der Papi. Papi X. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Unboxing gesehen. Ich verlinke es euch mal. Aber da habe ich gezeigt, wie ich von Best Buds diesen wunderschönen Papi-Hybriden auspacke und bekomme. Und wie die verschicken. Und, ach Leute, das neueste Blatt, super dunkel, wunderschön. Also, ich könnte gar nicht begeistert da sein. Vielleicht kriegen wir das besser drauf. Na, das neueste Blatt auch einfach ultra, ultra schön. Bin gespannt, ob es noch ein bisschen wächst. Also, es ist noch weich, aber es passiert gerade nicht so viel. Ich glaube, es liegt daran, dass hier einiges an Wurzeln gewachsen ist, seit die bei mir ist. Ja, sieht man hier so durch. Ja, eventuell war es ein bisschen viel für sie, beides gleichzeitig zu machen. Aber schaut, die kann halt auch nur schön werden. Einfach wunderschöne Pflanze. Ich liebe sie. Also, im Moment auf jeden Fall meine liebste Anturie, muss ich zugeben. Drehen wir mal wieder. Ich meine, wie sollte sie auch nicht meine liebste Anturie sein? Sie ist so schön. So schön. Gucken wir mal hier. Was haben wir da? Das ist die Polyvarie Gata. Und das sah so ein bisschen so aus, als wäre es wie so ein Universum. Also, dass es Blatt war, ist so pink gesprenkelt gewesen. Ja, einfach wie ein Universum. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Das passt einfach so ultra, ultra gut. Also, diese Flecken, die ihr hier seht, das ist jetzt nichts, weil es alt ist oder so oder weil da Spinnenmilben dran waren. Ich wünschte, man könnte es schärfer sehen. Moment. Ein bisschen schärfer zumindest gerade. Und das ist wirklich so wie so ein Himmel gesprenkelt gewesen. Leider haben die neuen Blätter das nicht gemacht. Aber warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Das kann ja auch alles noch kommen. Also, da bin ich jetzt noch nicht so besorgt. Hier haben wir wieder einen Soliroil. Einen kleineren insgesamt. Der aber dafür auch eine richtig geile Musterung hat, muss ich sagen. Und direkt dahinter, ach, das Sorge ein Kind schlechthin, der Lupinum. Ich will eigentlich, dass der endlich groß wird. Also, die finale Form annimmt, da sieht er komplett anders aus. Ist dann auch nicht mehr velvet, wie es hier ist. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich schwer, diese Pflanze groß zu ziehen. Also, ach, ich meine, die Stämme, die werden auch einfach nicht dicker. Es ist einfach ultra, ultra dünn. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt hier so diese Etage, die ich euch gezeigt habe. Darüber ist dann natürlich auch wieder eine Fenso-Lampe, die ich oben befestigt habe. Und was ganz cool ist, ich spare mir hier die Heizmatte. Denn hier oben kommt ja durchaus noch Licht durch, von dem Fenster nach dort. Und in dieser Schale hier sind Knollen von Alokasien. Denn dadurch, dass die Lampe warm wird, stelle ich das hier einfach so da drüber. Und so habe ich quasi einen Heizmattenersatz, was doch sehr praktisch ist. Wenn ich jetzt wieder ein paar Knollen mehr habe, kommen die auch noch alle schön da drauf. Und so läuft das quasi von alleine. Also, ja, würde sagen, Gewächshaus Nummer 1 ist geschafft und erklärt. Und, ja, das nächste Gewächshaus, nämlich das grüne hier, machen wir am besten in einem weiteren Video. Ihr Lieben, ich hoffe, die Tour hat euch einigermaßen gefallen. Ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Gewächshauses, der Lampen, Luftfeuchtigkeit oder sonst was habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Denn dieses Gewächshaus hier hat noch keine Ventilatoren. Das heißt, ich lüfte es gerade einfach sehr oft von Hand täglich, indem ich es öffne. Aber das hier hat hingegen schon Ventilatoren drin. Und da werde ich dann beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Denn es ist gar nicht so unwichtig, was die Ventilatoren angeht, welche zu haben, weil die Luftfeuchtigkeit einfach extrem hoch ist. Und das nicht nur für die Pflanzen blöde ist, wenn die nicht richtig abtrocknen können, sondern auch für das Gewächshaus selber. Denn das fängt dann an zu schimmeln. Aber dazu beim nächsten Mal, wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, wie ihr möchtet. Schaut euch, wie gesagt, gerne die empfohlenen Videos an. Ich glaube, das könnte nochmal ein bisschen mehr Werte bieten. Besonders das Verukosum und das Lampen-Video wären hiernach wahrscheinlich ganz praktisch. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.